Ah, ich wüsste, ich würde meine Waffe nicht weglegen. So, was haben wir da? Lass mal hier mal kurz gucken. Oh, Batterien, wunderbar, für den Walkman. Die nehmen wir mit. Da freut sich die kleine Maus. Das sind die kleinen Sachen, das sind immer die kleinen Sachen. So, was haben wir hier? Ansehen. Ach, schön. Monty-Joghurt. Monty-Pudding. Was läuft los mit euch? Warum läuft ihr einfach so rum, wie ihr wollt? Vielleicht auch mal mit dem Auto. Oh, das ist wirklich, ehrlich zu Gott, Pudding. Serious? Und das ist nicht nur Essen. Es gibt eine Maschine, es gibt ein Blankets. Es gibt eine Maschine, es gibt ein Blankets. Wir müssen nur die Gas und gehen auf die Straße. Das ist ein Blanketsch. Das ist ein Blank. Ich bin ein Blanketsch. Wir sind nicht hier bei einem Mutters, oder ein Blanketsch. Great. Jetzt bin ich aufsinnert. Komm schon, eine Nacht. Wir sind ein Blanket. Wir essen ein wirkliches Essen. Es wäre schön, nicht zu essen, um ein Veränderungsverlust. Bitte. Die Hörte ist, wenn es nicht hier schon ist. Wir sollten gehen und gehen, um es zu weit. Könnt ihr euch mal fragen, wie ihr euch jetzt entscheiden würdet. Eigentlich, wir müssen in Bewegung bleiben. Nee. Ja, ich weiß, das klingt alles sehr verlockend, aber wir bleiben in Bewegung. Sorry. Ja, ist so schön. Ja, und dann muss halt der Buhmann sein. Tut mir leid, aber dann ist es halt Havi. Wie ist der Wicht? Ai, schön, dass du da bist. Winke, winke. So, pfeift euch mal ein Pudding rein irgendwie. Guckt mal hier, Batterien hast du auch noch für einen Walkman. Batterien für einen späteren Zeitpunkt war er... Oh, oh. Ah, das ist so... Schaut mal, das ist auch so eine Entscheidung, ne? Irgendwie, normalerweise denkst du halt so, okay, du gibst dir jetzt die Batterien irgendwie. Sie ist dann richtig happy, sie freut sich. Aber es kann sein, dass wir nachher einen Elektroschocker finden und keine Batterien dann haben. Na? Ich gebe dir das jetzt zu bedenken, lieber Chat. Und jetzt, wie würdet ihr euch entscheiden? Also, der erste Impuls ist natürlich halt, der kleinen Maus zu heben und zu sagen, guck mal, jetzt kannst du hier mal... Bitteschön, irgendwie viel später. Die Göre darf mal... Haha, schön. Alles klar. Gut, ich verstehe. Viel später. Rabenvater. Aber ja, man muss, äh... Man muss auch rational entscheiden, hier. Oder weit sich da entscheiden. Ja, verrichte ruhig, oh, mich, Kifferin. Äh, scheiße. Jojo! Juhu! Kommst gerade richtig. Hey, Cass, du bist jetzt der Gruner. Hey, Kate. Könntest du uns mit dem helfen? Ein Grat einliefern. Hey, äh, warte, aber du... Oh, jetzt hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Dachte, irgendwas greift mir. Oh, fährt das schon korrege. Schade, dass wir nicht in den Krankenwagen reingekommen sind. Oh, no. Was für die Scheiße? Ja, das ist ja toll, Alter. Oh, speak up! I'm sorry, man. Look, it's just a can. We needed it really bad. so schnell ist die scheiße so koffer dass sie natürlich durch den schrei gehört sich versteckt haben oder okay you assholes in there i got your bar you don't want to get shot your best come out there care for your hands go on you first you get ambush by your own people that's gonna make my day open it real slowly so wie kommen die jetzt aus der sache raus er rastet jetzt bestimmt aus weil sie den polynäsen arbeiter so wie kommen wir jetzt aus der sache raus du kannst nicht nur was du möchtest du kannst nicht nur was du möchtest du kannst dich essen ich habe alle diese ja ich du? bei dir selbst? na ja was kann ich sagen du hast eine wirklich smarte Hände du guckst was du sagst du guckst was du sagst schau ich verstehe es okay du wirst sterben wer der f*** ist das? am Ende des Tages dachte du hattest du den Paydirt ehrliches Fehler aber ich habe dieses schreckliche fühle ... 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 once ... ... ... ist ... ... H travelers ... ... Okay, du und ich, wir können das rauskriegen. Nein, es ist sein Telefon. Schau, Mann. Das muss nicht gehen. Was war das Geräusch? Nicht doch, Alter. Ah, nimm den Kuhfuß. Ah, das war bestimmt nicht so geil. Lass doch die Pistole nicht fallen, Mann. Warum denn? Ach, Scheiße. Mann, warum lässt er die Pistole fallen? Was ist los mit ihm? Hm. Und wieso kriegt er mal unten die Fresse? Er kriegt ganz schön Luft aufs Maul. Hm. Und wir sind unterwegs. Ach, wer ist er, Alter? Hey, meine Familie, wo sind sie? Was hast du mit meiner Familie getan? Was ist das? Was ist das? Mach ein deal oder was? Das ist meine Frage, okay? Das wäre besser, dass das wäre. Es wäre glücklich, es wäre das wäre. Bitte, du... Stop, okay? Du möchtest mich nicht aufgeladen, Kind. Keine andere Worte oder Gott helfe mir. Ich werde dich selbst schlafen. Wir haben immer noch eine Halle vor uns. Und ich werde dich nicht hören. Was ist das? Stopp! Stopp! Ah, Scheiße! Ja, nimm sie. Take the gun. Warte nur, jetzt einmal hinter ihm her. Was ist das denn für eine Verschwendung jetzt? Lass mal ihn gehen. Erschieß ihn. Ach, verpiss dich. Vielleicht bringt uns das nachher nochmal was. Ich hoffe, dass es uns nicht zum Nachteil erreicht wird. Ah, fuck. Ja. All right. Moment mal. Wir kennen doch die Stimme. Es sieht aus, wie du ihn lasst. Hm. Ich glaube, dass er das gleiche für dich hat. Clemmy! Da ist sie! Clemmy! Ist sie Teil dieser Gruppe? Okay. Oh, große Protagonistin. Clemmy! So viele, die es noch nicht gesehen haben, äh... Clementine ist quasi halt die Protagonistin der ersten beiden Staffeln gewesen. Also wir kennen sie quasi als kleines Mädchen. Sie wird immer größer. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Klar. Zieht es euch mal rein. Und danach dieses Let's Play. Und danach dieses Let's Play. Oh, shit. Clemmy ist halt tief. Schau, ich bin die Vizepräsidentin hier. Wir sind alle Vizepräsidentin. Oh, also es ist okay für dich, mich zu schrauben? Das ist ein Geld. Sie ist ein Geld für dich zu schützen. Ja, das ist meine Freundin. Sie liebel schokolade als alles. Ich habe mich klar, das Wort sie schrauben. Bitte. Wenn deine Augen östetmelten, und abhauen sie zu 100 bevor du sie gehen hast. Bekrieg, doch meine Familie! Ich mach mir zu Ich muss sie zurückkommen. Wir wurden verabschiedet und ich... Ich muss nur wissen, woher ich bin. Wir sind nach 522, und das ist, als wir den Junkyard gefunden haben. Sie sind noch da. Ich muss sie zurückkommen. Ich weiß, woher das ist. Du sagst, dass du in der Junkyard bist? In unserer Wann, ja. Ich werde dich in der Junkyard, wenn du mir deine Wann hast. Ich bekomme dich dort in einem Stück, dann gehe ich weg. Hm, nee, wir brauchen ja den Wann. Der Van? Das ist alles, was wir haben. Das klingt wie ein Nein. Wie solltest du mir nur die Direktionen geben, wie eine normale Person? Wie solltest du, dass ich dich schraube und auch die Wann ziehe? Das ist ein besseres Geld für dich. Los geht's. Ach, shit, ey. Ist das wirklich notwendig? Ich weiß nicht, ich vertraue dich nicht. Und ich nehme keine Chance. Wo ist AJ? Wo ist AJ? Hey. Ich gebe dir nicht die Schuld, das ist nicht dein Ernst. Ich gebe dir nicht die Schuld. Ich gebe dir nicht die Schuld. Ich verstehe dich. Ich bin glücklich, dass wir uns zusammen verstehen. Der Name ist Javier, übrigens. Die Leute nennen mich Javi. Clementine. Es ist schön, dich zu treffen, Clementine. Wenn du so sagst. Ach, ich muss schmunzeln, wenn ich die kleine Maus sehe. Ich habe die schon echt lieb. Die ist halt schon wirklich. Ah. Mann, was wird der schon durch haben? Was wird der schon durch haben? Aber man sieht so irgendwie. Oh. Lauf doch weiter. Ah. Der gute alte Trick, der je gezeigt worden ist von, ich wies leider nicht mehr wie sie hieß. Aber den Trick haben wir an der folgenden Staffel gelernt. Kann ich nicht helfen? Oh ja. Oh, das ist die Horde. Was ist AJ? Was ist der Baby? Das ist eine Frau, Schotten. Wir haben alle zusammengehalten. Ich habe es nicht alleine gemacht. Meine, uh, uh, Kate. Sie hat... ... die meisten der Arbeit gemacht. Es ist schön. Mit einem Partner. Es ist. Wie geht es dir? Du warst ziemlich jung, als das alles begonnen hat. Ich war. Aber einige Leute haben mich auch geschaut. Was ist mit ihnen? Es ist wirklich zu viel passiert, um das in einem Satz zusammenzufassen, ey. Es ist eine Stadt hinterher. Wir können dort bleiben, bis die Herd passen. Otherwise, wir sind Walker-Food. Kannst du das tun? Bitte? Wir können nicht einen Detour machen. Ich brauche, meine Familie zu kommen. Und ich brauche diesen Van. Aber jetzt musst du mir vertrauen. Du meinst, wie du mir vertraust? Sehr schön, Black. Wo? So, naja. Wir können halt nicht durch die Horde durch, ne? Wir müssen außen rum. Geht halt nicht anders. Die Lade-Sequenzen sind relativ lang in dem Game, muss ich sagen diesmal. Ähm. Waren in den vorigen Spielen nicht so lang. Also in den Seasons davor. Ja, Chat. Wie gefällt es euch denn bis jetzt? Also, ich bin ja Fan. Ich bin ja Fan von den Telltale Games und The Walking Dead. Mag ich sowieso. Also, bis jetzt finde ich es sehr, sehr gerne anfangen. Schauen, wie es weitergeht. Ach du Scheiße. Wer sind die? Ich bin ja Fan von den Tünen. Oh, je. Oh, ich habe das mal in den... Ah, Mist. Er macht das ja sehr super. Oh, okay. Ah, das ist der Typ mit dem beeindruckenden Bart. Tja, na dann, machen wir das mal hier, Freunde. Ah, kein Problem. Stille helfen. Los, helft ihr! Das tut! Wow. Get your ass inside! Come on, now! Danke, Toa. Von rennt, Toa. Ach, wie fährt. Gott, effing damn it, Francine. One of these days, those doors are gonna close and your ass will be on the other side. Yeah, and when that day comes, Tripp. I promise, I'll lead you first. It's Clementine, right? You stay in a while this time? No. Once the walkers pass, I'm taking this guy to a junkyard off the highway. My family might be trapped there. Ah, schau mal, so'n kleiner Zwischenstützpunkt für sie. Well, shit. I'm truly sorry to hear that. Alter, das ist voll im Loch. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Und wir müssen ja erstmal den Beifrag halten, uns irgendwie so halbwegs mit allen anfreunden, irgendwie. Okay. Also im Tor lege ich mich jetzt hier nicht an. Well, welcome to Prescott. It's a pretty cool place, actually. Wow, alter. Megaton. Schön. The people on the other hand, they're not my favorite. Okay. Das ist ein speckter Typ. Ja, grundsätzlich kein schlechter Ort eigentlich, ne? Für Javier und die Familie. My family. They're still out there. I'm in the middle of all that. If you guys made it this long, I'm sure you know, they'll know what to do. Hopefully. Let's go. This way. I gotta see a guy about some bullets. Ich hab leider nur Episode 1 gezockt, wo da immer die anderen auch noch zocken und kam immer was geileres dazwischen. Viel, sehr wichtig. Dann einfach mal bei uns auf den Kanal YouTube gehen und einfach mal angucken. Einfach mal angucken. Wir können Freunde machen hier. Stop it. So. Hm, vielleicht hier ein paar tiefer Sohn. Er erinnert mich wirklich jetzt gerade alle sehr, sehr stark an Fallout 3 irgendwie. Diese in der Stadt. Megaton. Phantom Punch. Das ist ja bestimmt. Kracher Game. So, okay. Du bist doch hier die wilde Reiterin. Play your hand. You're gonna lose, but you don't have to do it in slow motion. Don't try and rush me. I know you're game. This is my game. Clearly. Always a smart ass. Well, it ain't gonna work. Das hat jetzt der Backpfeifen-Game von Ten and Syl. Ne? So schnell. Großartig. So, ansprechen. Komm. Okay. So, what do you think? Okay. Oh, you again. You got some moves. I'll give you that. Hold on a minute. Don't I know you from somewhere? I don't know. Maybe. García. Javier García. Huh. For what it's worth, I think you got screwed on the gambling thing. A lifetime ban. Shit. Should have had a 20-year career. The way I see it, nothing wrong with betting on yourself to win. And that got a lifetime ban? Nah, they just wanted to set an example. I was the poor bastard they used to do it on. All I know is what I read in the papers. Hmm. Anyway, I'm Count Rad. This here is Francine. He runs the place? I just take his money. Yeah, well. Maybe I can make the name the schnellstmögliche merken, or if you're the gambling type? Games Poker. Five-card stud. Oh, yeah. I'll raise it. What do you think? Should I call? Or should I fold? Hmm. Don't get too intimidated. I lose more often than I care to admit. Though all it takes is one good hand. He's bluffing. He's got bullshit written all of him. Ha 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 ha. Is that a fact? All right. I think I'll listen to the man. Call. Moment of truth. Flip him. Oh my. Ain't that a pretty sight? Then I'll show you what you have. Oh, hell yeah. Nice. Oh, calm down. Both of you. Thanks for the advantage, hon. How's about a drink? On my tab. Bottoms up. Wow, this smells like turpentine. Is this turpentine? That's the weak stuff. Don't turn away from me. I'm talking to you. Oh, shit. I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you. Vielen Dank.